Ja, da bin ich wieder. Heute Abend geht es dann ja weiter gegen Wolfsburg und da habe ich mir natürlich auch was einfahren lassen. Ich habe so ein bisschen Männerschnupfen im Moment. Ich weiß, da kann man nicht für bemitleidet werden, aber ja, da habe ich mir was ganz Kleines überlegt. Und zwar, wenn Werder heute den 3 erholt gegen Wolfsburg, sind ja beides grün-weiße Mannschaften sozusagen. Wenn Werder gewinnt, gibt es zur Wattwanderung jetzt am Sonntag um halb 5, wenn wir da zur Familienwattwanderung zum Werder Spezial starten, gibt es von mir auch einen grünen Tee ausgegeben. Das ist vielleicht nichts besonders Großes, aber immerhin. Und ich hoffe, dass ich meine kleine Baustelle bis dann noch so ein bisschen in Ordnung gebracht habe. Da am Wattführhäuschen wird der gerade umgebaut. Ja, dass wir da zumindest eben reinkommen, reingehen können und einen kleinen grünen Tee trinken. Ja, ein bisschen Zucker habe ich auch dabei, dass da ein bisschen Geschmack reinkommt. Ja, dann gucken wir mal. Auf jeden Fall, heute ein Dreier. Werder, ihr schafft das.